Guckt euch die Färbungen, Leute. Das ist nicht geil. Moin Leute. Ich bin heute bei Teichwirtschaft Lehmann. Ich habe jetzt den Kelmper von meinem Sohn. Das ist ein ausgebauter Bulli. Danke Sohnemann. Jetzt gucken wir, ob der Eddy da ist. Eddy Lehmann, der Herr der tollen Foren. Warte. Hallo Eddy. Hallo. Wenn ihr hier hinkommt und nicht genau wisst, wie funktioniert was, wie geht das? Wo sind die Fische? Einfach Eddy fragen. Es geht Lungen. Es ist einfach nur ein toller Typ. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Guckt euch die Färbungen, Leute, ist das nicht geil? Guckt euch die Färbungen, Leute, ist das nicht geil? Die sieht man besser, wenn es nicht schräg wäre. Ja, aber guck mal da, was da ein Riesenhaufen steht. Guck mal, da ist auch noch einer. Da! Das ist ein Saibling, da unten. Wo ist das mal aufsetzen? Da! Eine Polbrille. Nee, setz mal auf, dann guck mal ins Wasser, da siehst du mehr. Ehrlich? Ja. Ach so, ist grün, oder? Nee, du siehst, du kannst besser ins Wasser reingucken. Stimmt, du siehst die Klara. Klara? Wer ist denn Klara? Also Klara, weißt du, man sieht besser Klara. Erklärt gut, ne? Klara, mit E-R. Mit? Klara, Klara. Ah, ich kann es nicht durchsichtigen. Ja, beschreib es doch einfach. Durchsichtiger, man sieht mehr. Genau, man sieht besser, man sieht mehr. Ja. Hat aber schon echt gut erklärt, oder? Hä? Hast du schon gut erklärt? Ja, ja, ich filme, sag mal hallo. 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 Die ersten Würfe mit der Neulen Ultraleichten von Bodo. Jetzt zeige ich euch mal was, was so jedes Angraherz eigentlich höher schlagen lässt. Guckt euch das gleich mal an. Ich schleich mich mal an. Drei hauen ab. Zwei bleiben stehen. Okay. Ich will hoffen, ihr könnt sie sehen. Saibling, Lachs, Pinkies. Das sind mal Fische. Guckt euch den an. Guckt euch diesen wunderschönen Fisch an. I love it. Saibling, ich liebe Saibling. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal den Leiter an. das ist genau das was mich motiviert was für ein geiles Tier und dann bekam Bodo den Biss des Tages dicker Saibling? ja Leute hier gibt es gerade einen dicken fetten Saibling wollen wir mal gucken was das für ein Schiff ist tja Leute das macht das schon richtig gut und hier kannst du natürlich nicht innerhalb von anderthalb Minuten aus dem Wasser prügeln den musst du schön ausdrillen müde machen weil die haben hier richtig Dampf gerade bei der Masse na klar schön 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 ist auch lange für gekämpft 200 Wurf bestimmt ja ach geil hört das Genuss an nein 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 aber die Bremse ist gut eingestellt den musst du austoben lassen den kannst du nicht raus prügeln ja neuer PB wird das neuer PB wird das und Salat hast du auch dran aber schönes Ding doch doch ja der Mann hey du hast so geile Fische hier echt Der brauchst du noch ein bisschen, du, an feinem Geschirr, nichts überstürzen. Kein Schnurrbruch, das wäre scheiße. Nein, nein, sonst lieber einen mit dem längeren Stock holen, sonst nimm noch meinen, da machst du den Fisch raus, kommst du ein bisschen weiter. Boah Leute, geil, Fisch des Lebens hier. Und? Petri! Wenn noch Fragen sind, fragt mal, einfach in die Kommentare unten rein. unten rein, ne, neben dem bling bling abonnieren und bling bling liken, ne